Hallöchen ihr Lieben, die Bildqualität ist jetzt gerade ein bisschen für den Arsch. Ich habe mich gerade ins Arbeitszimmer verkrümelt, weil meine Freundin ist noch da. Und wir waren eben in der Stadt, da kommt jetzt ein Video zu und wie heißt es? Ja, ich habe es getan, ich habe mich getraut. Man sieht es vielleicht jetzt auch schon. Wundert euch nicht, das Video ist in Hochkant aufgenommen, weil sie hat das Video von mir gemacht und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß bei den nächsten 6-7 Minuten, wie ihr mich leidend seht. Viel Spaß beim Video. Du schaffst das! Nein! Ich bin schiss. Warum machen wir auch schon mal was zu verliehen? Boom! Alles gut. Also, sorry. Einfach geradeaus. HALF! Ja, bitte. Wie soll ich mich setzen? Einfach geradeaus. So. Ja. Einfach geradeaus. So, bereit? Ah! Keine Zeit, was zu sagen. Was ist gut? Autsch! Ja. Geht's? Ja, ja. Nur, wenn ich die Augen aufmache, kümmern die Tränen. Ja, ja, ja. Erstmal entspannt. Umsonst geschminkt. Gleich auf. Es ist gleich vorbei. Oh! Ach, ja. Für Beispiel habe ich so ein Tee-Di. Ja. Sag mal, ja. Schick! Ach, ja. Siehst du schon mal? Ja. Sehr schön. Ja, da ist sie. Ja. Geht's? Ja, gut. Gefällt mir. Ist in dem alten Loch. Ja. Das sieht super aus. Ach, ja. Freund drin. Ich sag, ja, aber das ist auch unterschiedlich. Bei einem kommen kaum Tränen. Bei einem, da schießt das sowas von raus. Ja, ja. Bei dir geht es jetzt eigentlich noch. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist, weil ich die Augen lange zugelassen habe. Ja. Hätte ich sofort aufgemacht, hätte ich schon geheult. Hä? So, kurz zum Fregegenweiser. Ja. Das ist die Lotion, die gibt es mit. Ja. Die ab heute drei bis viermal täglich draus machen. Das heißt, wirklich gut drüber laufen lassen. Ja. Das ist wirklich satt reinläuft. Und die Kontaktkleidung von meiner Kleidung. Das sagte mir eine Kollegin, bei den Ohrdingern von meiner Tochter. Nicht unbedingt auf die Klamotten treffen lassen. Ja. Ja. Ist egal. Ist egal. Okay, gut. Also, passiert schon mal. Ja. 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 Hab ich gesehen. Da ist nur... Ja. Du musst jetzt aufpassen beim an- und ausziehen, beim abtrocknen im Handtuch. Nicht, dass du den rausreißt. Oder nachts. Ja. Oder ein Pflaster drüber machen. Ja. Ja. Nur, dass du Bescheid warst. Ja. Ja, klar. Hat ich gesehen. Also, ich weiß nicht. Hast du den vorher auch hier machen lassen? Oder? Oh, ne. Das war vor... Okay. Bei einem Jubiläum. Also, wir machen... Streck mich so. Nee, nee. Streck. Ja. Ja. Okay. Damit du Bescheid warst und du wechselst und du denkst dann so... Nee, nee, nee. Klar. Ja. Ich mach dir das schon mal drauf. Okay. Dann kühlt das schon mal ein bisschen. Ja. Du bist auch ein Pflegefall. Ja. Bist du glücklich? Ja. Jetzt hast du es hinter dir. Hast du meine Brille? Ja, diese Tüte. Wir bekommen heute 20% auf alles, was wir nicht noch haben. Weil wir haben sich ja festzulassen. Und dann gibt es ja noch auf alles, was wir nicht noch haben. Und dann gibt es das andere 20% Rabatt. Ja, cool. Das ist cool. Ja? Ja? Gut, ne? Ja. Kann man mal gucken, ne? Ja, Fingerabdrücke drauf. Hast du toll gemacht. Siehste mal. Ich war auch so aufgeregt. Ich habe schon nicht aufgepasst. Auf jeden Fall packe. Tschüss. Sorry. Ah, viel cool. Vanessa. Mit der Weichste auf der Schule von der 5 bis 10. Klasse. Haben sie immer noch ein bisschen Kontakt. Deswegen war es grad echt zufällig. Okay. 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 Okay.